Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. In dieser Staffel entdecken wir eine neue Seite von Wien, die andere Seite, wenn man von der ersten Bezirksseite ausgeht, aber auch die nicht andere Seite, wenn man aus Transdanubien kommt, sage ich jetzt mal. Nämlich es geht um die Donaustadt, den 22. Bezirk und in unseren ersten beiden Folgen dieser Staffel haben wir einen Überblick gegeben über diesen schönen Bezirk und auch über Kaiser Mühlen gesprochen, was sehr interessant war. Und bevor es losgeht mit unseren Geschichten über Stadt Lau, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken für eure netten Zuschriften, unter anderem wieder aus der ganzen Welt, aus den USA, aus Japan, aus Österreich. Und ja, es ist immer sehr schön von euch zu lesen. Folgt uns auf Instagram und auf Facebook und wir freuen uns, mit euch in Kontakt zu bleiben. Genau, also ich sage jetzt einfach mal Servus Fritzi. Servus Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Liebe Fritzi, auf unserem Weg durch den 22. Bezirk gehen wir jetzt von Kaiser Mühlen nach Stadt Lau. Und das ist ein anderer Bezirksteil und jetzt fang mal an, davon zu erzählen, bitteschön. Von Stadt Lau? Ja, von der Blume aus dem Gemeindebau. Von der kann ich ja nichts erzählen, weil wir beide in keinem Gemeindebau wohnen. Stimmt. Leider. Ja. Das ist ja nett. Stadt Lau ist der kleinste Teil dieser acht Ortschaften, aus denen die Donaustadt, also der 22. Bezirk, besteht. Aber auch sehr alt. 1150 weiß man schon, dass er im Besitz von Heinrich Ersomiergott war. Dem Babenberger. Dem Babenberger. Der Name eigentlich ist Stadelowe, das ist ein Stadel, im Bezirkswappen ist ja auch Stadel auch bezeichnet mit einem Stadel mit zwei Fähnchen und einen Stadel gibt es auch noch. Ich habe einen Gitarrenlehrer gehabt, der hat Stadel-Ober geheißen. Stadel, es gibt da glaube ich einen Skispringer oder wer heißt der immer? Ja. Und 1904, wie üblich, als 21. Bezirk zu Wien, 1938 gewechselt. Nach Großwien? Großwien, 22. Bezirk, damals eben Groß Enzersdorf und 54 dann 22. Bezirk Donnerstadt. Wodurch zeichnet sich denn Stadlau aus? Naja, Stadlau ist erstens einmal, zeichnet sich aus, ist es insofern schwierig, dass man sagt, dass es ist so ein bisschen diffus. Aha. Man weiß nicht genau, ist es jetzt Stadlau, ist es jetzt Hirschstetten, ist es Kaglan. Es heißt, es gibt zum Beispiel einen Industriehof Stadlau, der ist in Hirschstetten. Es gibt einen Gewerbepark Stadlau, der ist teilweise in Hirschstetten, teilweise in Kaglan. Also das sind so Sachen, die man nicht genau weiß. Also das wäre dann so Schrödingers Gewerbepark, oder? Ja, aber Schrödingerplatz ist an und für sich Kaglan. Also gibt es wirklich einen Schrödingerplatz? Ja, da ist das Bezirksamt vom 22. Bezirk. Aha. Prostig. Aber das Wichtigste war, dass dort ein Furt war. Also man konnte die Donau dort überqueren mit einer Fähre, also von Insel zu Insel. Also Furt heißt quasi eine Untiefe, oder? Untiefe, ja, es war möglich. So wie Klagenfurt, wo man weniger klagen kann. Ja, ich weiß nicht, ob das davon kommt oder nicht. Und die Babenberger haben das als Lehen weitergegeben und die Bauern, die dort gewohnt haben, oder die Leute, die dort gewohnt haben, haben die Möglichkeit gehabt, also Waren über die Donau zu bringen und haben das Urfahrrecht bekommen. Aha, was ist das Urfahrrecht? Das Urfahrrecht ist ganz einfach das Recht, Maut zu verrechnen für die Überfuhr von Waren. Aha, ist das dann quasi Linz-Urfahr, war das das Gleiche? Sicher, ganz sicher. Aha, 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 okay, habe ich auch nicht gewusst. Urfahr. Urfahr, Urfahrrecht. Und das hat natürlich die Leute dort relativ recht gemacht, weil Machfeld ist schon immer was angebaut worden und die haben die Waren hineinbringen müssen, also über Erdberg dann nach Wien. Okay, also war das groß? Nein, das ist 1820 zum Beispiel, haben 15 bis 20 Häuser. Und zwar für die, die in Stadtlau wohnen, sage ich das alle anderen, die haben keine Ahnung, wovon ich rede, war das in der Schickgasse zwischen Stadtlauerstraßen und Konstantiergassen. Also es war heute ein kleines Stück. Ein Straßenzug eigentlich, oder? Ein Straßendorf, ja, war auch ein Straßendorf. Ah, okay. Und in der Nähe war noch ein Nebenarm der Donau, durch die Donauregulierung, sind diese Nebenarme teilweise versandet. In den 1870er Jahren? Genau, teilweise zu Stirndengewässern geworden. Und eines dieser Stirndengewässer ist eben zum Beispiel das Müllwasser. Ah, das kenne ich, das ist sehr schön zum Baden auch. Sehr schön und eben, das ist, glaube ich, das bekannteste, und das ist in Stadtlau. Also das, und was wichtig ist, dass die Ostbahn dort 1870 einen Bahnhof eröffnet hat. Und dadurch, ein Bahnhof bedeutet, man kann Güter transportieren. Und dadurch hat sich eine Industrie entwickelt. Darf ich ganz kurz fragen, die Ostbahn, das war das, was die Rothschilds gebaut haben? Na, die Rothschilds haben wir Nordbahn gebaut. Ah, okay, die Ostbahn nicht. Nein, also, weiß ich nicht, kann ich da nicht sagen, mögliche Finger werden es vielleicht schon dabei gehabt haben. Hat dort der Kurt Ostbahn auch gewohnt? Oder kommt der Name davon her? Nein, weil ich glaube, das waren ja Simmeringer, nicht? Das sind die Resetarits. Ursprünglich aus dem Burgenland. Aus dem Burgenland, ja. Oder Favoriten, ja. Nein, Favoriten, nicht Simmering, Favoriten. Und, aber das Lustige ist, also ich meine, er ist nicht stehen geblieben, aber der Orient Express ist dort vorbeigefahren. Wow. Der ist auf seiner Reise von Wien nach Pressburg oder Budapest, ist dort auf diese, hat aber keine Station Wien-Stadtlau gehabt. Das wäre natürlich super, Mord in Stadlau, Mord im Orient Express, der ja eigentlich von Paris nach Istanbul, nach Konstantinopel ging, oder? Ja. Ja, nein, da hat es, glaube ich, verschiedene gegeben, aber das war schon der Originalist, der Alte. Nein, weil der Orient Express mit diesem Namen, der ist ja eigentlich relativ lang nach Paris gefahren, der ist nicht mehr wirklich, also von Wien weg. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Mit dem bin ich sogar manchmal gefahren, wenn ich nach Paris gefahren bin. Na, bitte, schau wie Nobel. Ja, nur es war halt ein ganz normaler Schlafwagen, der aber super gut funktioniert hat zu der Zeit noch. Ja, das ist ja schon wichtig. Ja. Und dieser Bahnhof, den haben wir aber 2010 geschlossen, gibt es aber noch, das Gebäude steht ganz sicher, und da denkt man schon, dass dahinter ist. Teilweise verrottet sind noch Stellwerke und so weiter und so weiter, ist es ganz interessant. Und es gibt jetzt einen neuen Bahnhof daneben, den für die U2 und für Regionalzüge, weil die U2 ja eigentlich komplett durch Stadtlau fährt. Ah, wirklich? Bis nach Seestadt? Ist das auch Seestadt auch so? Nein, Seestadt ist Aspern, nein, aber sie ist ja nicht, sie fährt ja auch in Zehnten und das ist nicht Stadtlau. Also, aber war Donnerstadtbrücke und Hadeggossen und Stadtlau eben. So, und du hast zuerst von den Waren gesprochen, welche Waren wurden da transportiert von Stadtlau noch? Ja, die Industrie gebraucht hat. Ja, es war zum Beispiel, das ist zwar hier Städten, aber es heißt Industriehofstadtlau, interessanterweise. Da war die AEG, die Elin war dort, dann war die Stadtlauer Malzfabrik, oder die gibt es noch immer, die Stadtlauer Malzfabrik. Die in der Smolagossen, Smoliggossen, Smolagossen, Smolagossen, war der, die eben Grundmittel zur Erzeugung von Backwaren fabrizieren. Aha, also Hefe oder? Ja, Malz, nachdem es Malzfabrik heißt. Malz ist vergorenes Getreide, oder? Ja, das sind so kleine Kärnel, denke ich mal an Malzkaffee. Ich Malz Zuckerl, Blockmalz. Blockmalz, ja. Na ja, sicher, das ist, und das sind diese typischen Ziegel, Rohziegelbauten, die man kennt, die gibt es dort in relativ großem Ausmaß. Was verkehrsmäßig noch zu erwähnen ist, dass bei der Donaustadtbrücke ein Wasserskilift ist. Ja, das stimmt, das ist sehr lustig, da zuzuschauen, das ist so wie ein Schlepplift, schaut das ein bisschen aus. Ist, ja, und da steigst du in Stadtlau ein, fährst die erste Kurve in Stadtlau, die zweite und die dritte bist in Kaisermühlen und die vierte bist wieder in Stadtlau. Also ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, wenn man die erste Kurve kratzt. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also es ist nicht so einfach, wie es ausschaut, dieses Wasserskifahren. Eben mit diesen Kurven, ziemlich, das ist keine Lecherlschance. Ich kann dir das aus eigener Erfahrung sagen, dass ich mir bald das Bein abgetrennt hätte. Wirklich, beim Wasserskifahren? Naja, nicht einmal beim Skifahren, sondern beim Wegkommen. Aber sportlich ist ja, naja, nein, das ist jetzt übertrieben. Ich kenne jemanden, dem fast der Arm abgebunden worden ist, bei diesen Paragliten mit auf dem Boot. Naja, aber das ist ja Gott sei Dank, dass gleich das Krankenhaus, gibt es ja auch ein Krankenhaus in Stadtlau eigentlich, oder? Nein, das ist Aspern. Aber über das haben wir jedenfalls schon geredet. Das ist Donausspital. Donausspital. Ja, nein, das ist eben Aspern. Aber dafür gibt es einen Friedhof, 1875, weil die haben schon sehr zeitig eine Kirche gehabt, schon 1160. Die ist auch durch einen Eisstoß dann, durch Überschwemmung zerstört worden und man hat es also nicht mehr aufgebaut. Erst im 20. Jahrhundert ist dann eine neue Kirche errichtet worden und noch viel später, ich würde sagen, Ende des 20. Jahrhunderts, gibt es einen SIG-Tempel in der Lago-Badenstraße. Aha. Da wohnen sehr viele SIGs dort und das kann ich da, das sind so meiner Ansicht nach die Highlights in Stadtlau. Ich muss jetzt noch einen, ich habe neulich einen Witz gelesen, den ich relativ lustig, also ziemlich lustig gefunden habe. Der hat mir dann den Friedhof zu tun. Soll ich den kurz erzählen? War dann nicht mit Julius Cäsar zu tun? Also es ist, eigentlich ist es ein Burgenländerwitz, aber wir wollen natürlich die burgenländischen Menschen nicht diskriminieren, aber jedenfalls ist es ein Burgenländerwitz und der geht so. Im Burgenland ist ein Hubschrauber über einem Friedhof abgestürzt, 100 Tote wurden schon geborgen. Entschuldigung, Burgenland. Entschuldigung, wir lieben das Burgenland, aber so habe ich es gelesen, also Zitat. Okay. Okay, also, ja. Ah ja, und vielleicht, dass man noch erwähnt, es gibt auch eine Bäckerei in Stadtlau, die ihre Anfänge hat. Ich sage das deswegen, weil ich nach Aspern gezogen bin. Eine Bäckereikette. Naja, es war damals ein Geschäft und da bist du Roggenbrot deswegen wirklich von weit hingefahren und das hat sich dann entwickelt zu einer riesigen Kette. Mit einem gelben Logo, die es recht oft in Wien gibt, gell? Ja, die ich auch sehr gut finde. Ja, und... Das war die Doma. Ja, aber gab es nicht auch so ein Stadtzentrum von Stadtlau? War das dort, wo diese Kirche ist, die durch den Eissturm zerstört wurde, mit seinem Bad? Ja, also, ja, das, natürlich. Naja, das ist jetzt ein bisschen auch, weil das könnte unter Umständen auch hier Städten sein, das ist auch eine dieser... Die Fusen angesehen. Diese Fusen, aber sagen wir Stadtlau, am Gehnochplatz. Und zwar, das hat sich ja durch diese Industrie, also durch den Bahnhof hat sich Industrie entwickelt, durch die Industrie sind sehr viele Arbeiter, Arbeiterquartiere, du weißt, keine Bäder. Keine Bäder. Und so weiter. Also hat man dort Rotes Wien, ein öffentliches Bad, im Stil der Neunser-Sachlichkeit. Das stießt ja ein bisschen an unsere letzte Staffel an. Ja, mit 88 Brausekabinen und, glaube ich, acht Wannernbädern. Die Wannernbäder finde ich immer am lustigsten, da werden sich aber sicherlich sehr viele Leute drum gerissen haben. Und sehr schön, dass natürlich dann irgendwann einmal im 20. Jahrhundert obsolet war, mehr oder weniger. Dort war ich im Übrigen am Markt, an den ich mich noch sehr gut erinnern kann. Jetzt ist alles verbaut. Du hast da gewohnt, in der Gegend? Naja, der Markt war zumindest so, dass er erreichbar war von mir aus. Auch mein Auto oder mein Fahrrad. Aber das Bad natürlich steht unter Denkmalschutz. Das ist an verschiedenen Zwecken zugeführt worden, die aber alle, glaube ich, nicht wirklich gehalten haben. Aber es gibt es noch. Ja, jetzt haben wir über dieses Wasser gesprochen. Eine andere Frage. Und wir haben darüber gesprochen, dass man das Müllwasser gibt und diese ausgetrockneten Donauarme. Hat die Donau denn in anderen Teilen vom 22. Bezirk auch noch irgendwelche, ich sage jetzt mal, Ränder? Ja, hat es Wogenränder. Wogenränder? Wo ist denn das? Wir gehen jetzt zum Wogenrand der Donau. Aha. Und zwar, kennst du das Wort Wagram? Ich kenne Fels am Wagram, Deutsch Wagram, Schlacht am Wagram. Alles entlang der Donau. Der Wagram, nicht? Der Wagram, wenn du die Donau entlang fährst, hast du rechterhand den Wagram. Und der Wagram ist das? Diese Erhöhung. Ah, das ist ein Berg? Naja, das ist eine Erhöhung. Das heißt eigentlich Wogenrand der Donau. Wagram. Und Wogenrand der Donau, eben Wagram, von dem leitet sich ab das Wort Kageran. Und von Kageran, was könnte sich da ableiten? Hirschstetten. Du bist fixiert auf Hirschstetten. Na, also von Kageran? Kageran vielleicht. Kageran. Also das ist unser nächster Besuch. Besuch im 22. nördlich von Stadtlau. Und auch sehr alt, wird schon auf 99 erwähnt, in einem großer Neuburger Urbau oder in einer Urgruppe. Herzliche Grüße an den Martin. Ja, ja. Kommt der Austeil des 21. Bezirks, 1904, 5 nach Wien, 1938 als 22. Groß Enzersdorf, 1954. 22. Bezirk, Donaustadt. Der Schutzpatron ist der heilige Georg. Ist im Bezirkswappen auch mit dem Drachen kämpfend. Weil er da so Wasser rumschüttet, oder? Nein, das ist der Drachenkämpfer. Ich verwechsel mit dem Florian. Entschuldigung. Ja, da, 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 der Georg. Ja. Ja. Und der Ortskern ist nicht, wie du vielleicht annimmst, oder wie viele sehr junge Menschen oder junge Menschen annehmen. Beim Shoppingcenter? Nein, sondern das ist eine U-Bahn-Station weiter. Okay. Und zwar beim Kageranerplatz. Und was ist auf diesem Kageranerplatz, wo ich noch nie war, bis jetzt? Entschuldigung. Der Kageranerplatz ist also, wenn du die Wagammerstraße rausfährst, rechter Hand, rechter Hand ist eben der Kageranerplatz. Das ist so ein Dorfanger. Ah ja. Den du noch sehr gut erkennst. Ah, da bin ich doch schon mal vorbeigefahren. Ich weiß, was du meinst. Ja, ja, ja. Da ist auch das Bezirksmuseum in der Nähe. Genau, das ist in der Mitte. Ja, da war ich schon mal. Und gut erfahren du hast über diese Geschichte, wie das war in früheren Zeiten, aus Schriften, und zwar aus dem Brief meines Eipel-Dauers an seinen Herrn Vetter in Kageran über die Wiener Stadt. Erzähl. Das ist ein ganz bekanntes Kompendium aus der Jahrhundertwende vom 18. zum 19. Jahrhundert. Und der erzählt halt, was an Besonderheiten ist. Ich meine, das ist sehr interessant zu lesen, wie das halt damals war. Und der Eipel-Dauer ist wer? Einer aus Leopoldauer. Ach so. Die Eipel-Dauer waren die aus Leopoldauer, da waren die Gärtner und so weiter. Und der schreibt eben dem Vetter in Kageran. Das ist ja so wichtig. Kageran. Die Vorstellung ist schon irgendwie cool, dass man einen Brief geschrieben hat von Leopoldau, das ja nicht wahnsinnig weit weg ist, nach Kageran. Finde ich sweet. Naja, ich nehme an, das war halt die Buchform, ob er die wirklich geschrieben hat. Ich finde erstaunlich, dass man überhaupt Briefe geschrieben hat. Das stimmt. Und dass der Vetter und der Eipel-Dauer lesen und schreiben können. Ja. Vielleicht waren sie nach Maria Theresia und waren schon in der Schule gewesen. Ja, genau. Also das ist ja alles. Okay. Und woraus hat sich Kageran gebildet, dieses Dorf? War da schon immer eine Siedlung zum Beispiel? Ja, da ist ja immer eine sehr alte Siedlung. Und ist eigentlich sehr wichtig, weil er Dampftram, weil er schon rausgeführt hat, schon 1886. Also das ist schon erschlossen, von der Augartenbrücke weg. Wirklich? Ja. Was ist nice? Ist eben eine Dampftram bei Linie. Also das ist der Vorläufer der U1? Ja. In irgendeiner Weise? Na ja, die ist über Floridsdorf gekommen. Augartenbrücke, Floridsdorf, Kageran und Groß Enzersdorf. Könntest heute 25er, 26er, die Straßenbahnlinien eventuell. Und dann im Roten Wien hat man Siedlungen, über die man ja gehört hat, gebaut. Die Freihofsiedlung, die rechterhand vom Kageranerplatz ist, gebaut. Die war auf dem Grund von einem Freihof. Was ist ein Freihof nochmal? Ein Freihof ist, da ist der Besitzer dem Grundherrn nicht steuer- und nicht dienstpflichtig. Also der hat kein Robot leisten müssen und hat… Also hat das Freihausviertel in Wien auch was damit zu tun? Ja, ja, der war steuerbefreit. Und hat keine, in Wien hat er keine Einquartierungen machen müssen, von Militär nicht einquartieren müssen. Und da hat man eben im Roten Wien Siedlungshäuser gebaut. Hat die aber so gebaut, dass man sich unter Umständen auch selbst versorgen kann. Das ist ja super cool. Da war ein Stall drinnen zum Beispiel in den Häusern. Also wahrscheinlich ein kleiner Stall für Ziegen oder sowas. Oder Mühner. Genau. Und immer Glanzgärtchen, aber das war ja immer bei den Siedlungshäusern zum Gemüse anbauen. Dann gibt es am Ende von dem Kageranerplatz hat es das Restaurant Napoleon gegeben. Lang, also bis… Ja, da war ja Napoleon, da waren ja auch so Schlachten rundherum, oder? Ja, ja sicher. Aber bis so um 2000 oder später. Und jetzt ist es ein Biergarten vom Querfeld. Und war das ein gutes Restaurant? Teils, teils. Das war so ein Restaurant, wo du, wenn du im 22. oder in hier Städten gewohnt hast, bist du hingegangen zu Geburtstagsfeiern oder Hochzeiten. Das war wirklich ein typisches Veranstaltungsrestaurant. Das, ja. Das war… Das war… Aber das Lokal gibt es schon noch, aber niemand mehr als Napoleon. Beziehungsweise es heißt schon noch Napoleon, aber jetzt angeblich noch ein Hund. Den ist da noch ein Familienhund. Okay. Ich hoffe, dass das keine Anspielungen auf den Napoleon sind. Aha. Und dann haben wir aber im 20. Jahrhundert, so in den 70er, 80er Jahren, eben Hochhäuser gebaut und Siedlungen hinaus entlang der Wagrammerstraßen. Denk an die Traubreingründe, war der Rehmbahnweg. Das war ja so ein Synonym für Schrecklichkeit an und für sich, aber so wie bei der Großverziedlung. Was aber nicht ist, ich bin unlängst vorbei, also durchgefahren. Das ist sehr grün und viele Geschäfte und so. Ich meine, ich habe keine Ahnung, wie es ist zum Wohnen, aber… Wo ist die Großverziedlung? Die ist ja auch dort irgendwo, oder? Naja, die ist auf der linken Hand, die ist Floridstorf. Ach so. Ach so. Ja. Und beim Kargranerplatz gibt es die Pfarrerkirche, die dem heiligen Georg natürlich gewidmet ist, klarerweise, die sehr alt ist. Ich glaube, sogar aus der Gotik ist der Chor. Da hat es immer einen Markt gegeben, davor. Und daneben gibt es Café Falk, das jeden Kargraner Begriff ist. Was hat sie jetzt ausgezeichnet? Ja, die gibt es erstens einmal schon seit den späten 20er Jahren. Wurde dort Falk geraucht? Nein, das glaube ich nicht. Die haben Falk geheißen. Ich glaube sogar, die jetzige Besitzerin heißt noch immer Falk. Und ich glaube, die haben bis um vier in der Früh oder so offen gehabt, was jetzt sicher nicht mehr mehr ist. Aber das Café Falk ist in Kargraner. Eine Institution. Institution. Wie das Hummel im 8., sowas. Ja, so oft dort. Und den Nöbauer gibt es. Ja, die Konditorei. Die Konditorei. Der auf der Donnerfelderstraße ums Eck und links ums Eck die Fabrik hat. Also der 22. ist schon irgendwie ein süßer Bezirk. Mit den Backwaren und den Bäckereien. Naja, vielleicht habe ich das ausgesucht. Vielleicht. Und dann natürlich deine und aller jungen Zentrum. Das Donnerzentrum. Das Donnerzentrum, in dem ich nur einmal war. In dem du nur einmal war. Aber Kino gibt es auch dort. Auf der anderen Seite von der Wagenreimerstraße gibt es eben die Cineplex. Und dort, wo auch die Jungen abhängen. Aber ich glaube, das habe ich eh schon mal erzählt. Aber das möchte ich nochmal erwähnen, weil ich es echt toll finde. Im Donnerzentrum gibt es kostenlose Periodenprodukte für Frauen. Ich weiss, das hast du schon erzählt. Ja, das kann man einfach nicht oft genug erzählen, weil ich das echt super finde. Ja, naja. Hat irgendwer die Idee gehabt und hat es. Genau. Hat sie das auf den Damenklos angeschrieben. Und das finde ich wirklich wichtig und gut, dass es das gibt. Ja. Und auf der anderen Seite ist das Cineplex. Und hinter diesem Cineplex, also noch zuerst vorher ist, auf der Seite vom Einkaufszentrum, ist das Stadion, das Eishockeystadion. Ah ja, stimmt, genau. Von den Vienna Capitals, glaube ich, hast du dir keine Ahnung gesagt. Aber ich glaube schon. Ah ja, stimmt. Ist das diese Schulz-Halle? Ja, heißt es nicht mehr mehr. Jetzt heißt es Spusu. Was ist Spusu? Spusu ist so ein Telefonanbieter. Ach so. Ja, das ist ja so ein Ding. Und auf der Hautowerkassen, Albert-Schulz-Halle. Und hinterm Cineplex sind die Schulgärten. Ja, die kenne ich. Die Schulgärten-Kagran. Weißt du auch, du weißt ja sicher auch, wozu die dort sind. Zum Lernen, wie man halt Gärtnerin oder Gärtner wird. Genau, die sind echt für die Berufsschulen. Da ist auch die Berufsschule, ich glaube für Schlosser oder sowas, ist dort auch, da bin ich mal vorbeigegangen, weil da war ich mal bei einem Arzt in der Gegend und ja, da sind einige Berufsschulen. Also wenn man aus der U-Bahn aussteigt, kommt man da vorbei. Man muss die aber verifizieren, aber ich glaube so Schlosser oder so sind da. Und eine International School ist in der Relativen. Die Gründe gehören auch zu Stiftkloster Neuburg übrigens, dann weiter raus, wo die Familienhäuser stehen. Stiftkloster Neuburg, größter Grund bis Gerdlherr Grund bis in Zerwins. Ja, aber die Schule ist natürlich toll. Ja. War die immer schon dort? Die Schule ist, na immer wird es nicht dort gewesen sein, aber sie hat früher einen anderen Zweck gehabt. Der Garten. Und zwar war das Vorläufer von Herr Stettner Blumengärten oder einer davon. Spoiler. Spoiler oder Cliffhanger? Cliffhanger natürlich, beides. Also in unserer nächsten Episode werden wir weiter durch Donaustadt spazieren und wir werden blumige Geschichten erzählen. Na gut. Ich sage für heute herzlichen Dank für diesen angeregten Spaziergang durch den 22. Bezirk, der ja wirklich sehr groß ist. Also wenn wir da wirklich spazieren gehen, gehen wir lang. Oh, das glaube ich auch. Größter Bezirk und? Bevölkerungsreichster. Ja, ich habe aufgepasst. Brav. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal und ich sage Servus Fritzi. Servus Edith. Tschüss. Baba. Ciao, ciao. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.win. Und abonnieren nicht vergessen.